Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for S.G. unterwegs. Und zwar wollen wir heute mal wieder ein paar Paragon Kisten aufmachen. Ich brauche nämlich noch zwei Toys aus den Kisten und ich hoffe, ich habe dann heute mal ein wenig Lack und ziehe da ein bisschen was raus. Ich habe mir nämlich wieder insgesamt fünf Kisten zusammengefarmt und zwar habe ich hier auf meinem Horden-Char zwei Stück und dann auf meinem Ali-Char habe ich die anderen drei Stück noch rumliegen. Und ich würde sagen, wir fangen mal bei meinem Horden-Char an mit der Vorratskiste der Eidgebundenen. Und wie nicht anders zu erwarten war, kriege ich da ein paar Dienstmedaillen. Oh, 3700 Gold, ist gar nicht so schlecht. Und ein wenig Ordensressourcen raus. Azurid-Power bringt mir nichts mehr, weil ich mit dem schon am Cap bin bzw. mit dem anderen Char glaube ich auch. So, jetzt wird es interessant. Talange Expedition, da brauche ich das toll noch. Gibt es mir? Nein, ich habe es halt wieder nicht gekriegt. Ist das bitter. Schade. Oh, da ist sogar 4000 irgendwas Gold drin. Also an Gold kriegst du schon ganz gut was, aber das war es dann halt schon wieder. Dann schauen wir in die anderen drei. Ich habe einmal eine siebte Legionskiste. Oh, wieder 4000 Gold. Ordensressourcen, oder Kriegsressourcen besser gesagt. Dann die Vorratskiste der Champions von Azeroth. Hm. Und jetzt wird es interessant. Ich brauche Prachtme-Admiralität. Das ist die letzte, wo noch ein Toy drin ist. Fünf Versuche habe ich anscheinend mit dem schon. Und? Nein, ich habe halt wieder dieses Gammel-Pad gekriegt. Nein. Ich kriege halt einfach nichts. Das ist bitter. Jetzt muss ich wieder x Wochen farmen, bis ich wieder meine Kisten zusammen habe. Wobei ich glaube, ich hier schon, naja, 6000 Ruf habe ich schon wieder bei der Prachtme-Admiralität. Mal gucken, wie lange das dann wieder dauert. Ich mache halt immer nur die Emissary-Quests dementsprechend. Und hier, oh, Talanji habe ich noch relativ wenig. Ja gut, das war mal wieder ein Satz mit x. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Opening wieder. Vielleicht habe ich dann ein bisschen mehr Glück. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie viele ihr von den Toy schon habt. Und ob ihr da immer noch dran seid, so wie ich. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer Tala. Bis zum nächsten Mal. Ciao.